yo servus zusammen heute spielen wir mit trader auf dem upper saur festival und es wird richtig geil ich fahre jetzt los ich habe es glaub ich muss glaub nur zehn minuten fahren von dem her easy peasy und dann würde ich sagen bis später und dann zeige ich euch noch ein bisschen wieder so 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 Das war's für den Eisbüchern. So, ich bin jetzt so frei, so kurz vor dem Auftritt von denen. Das kommt dann nachher, da geht alles auf YouTube dann zu sehen. Geile Geschichte. Seid ihr bereit? Bereit immer, breit noch nicht, aber bereit. Lass dich nicht stören. Du filmst munter weiter, egal was du sagst. Da ist egal, mit Schwäbisch Konsonatenüberschuss, aber jetzt sind wir ja unter uns. Ich komme auch nachher mal so auf die Bühne hoch oder so. Also, wir können doch mal zusammen hinlaufen. Vorher ein bisschen Content, du wirst das machen. Das ist ein Scheiß, aber bei uns macht es sehr viel. Hallo, du bist da. Hast du gehört? Woran sieht man das? Am Blick auf mich? Weil es wackelt, weil es wackelt. Da film ich noch nicht. Natürlich filme ich. Ich möchte nicht, dass dieses Video verwendet wird. Amalade, da steht die ganze Parage. Marmelade muss immer aus Zitrone oder Orange fangen. Echt? Sonst kommt Fruchtausstich. 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 Wer der größte Marmelade ist. Der Mensch würde die meisten Marmelade essen. Also nicht von der Körpergröße her? Nein. Es war schmerzbar. Der John F. Kennedy. Der hat so viel Marmelade gegessen, bist du gesagt, ich bin ein Berliner. Der scheißig. Wer der größte Marmelade ist. Der Auguste Möller ist. Derрушere DIV apro. Das ist mein Vater, mein Bruder und mein Cousin und mein Hund und mein Unkel. Ihr seht, warum wir alle so hübsch sind, ne? Ja. Kurz vor der Show wieder, ne? Weil das ist ehrlich. Ja? Ich zähle euch etwas ehrliches, gell? Was sollt ihr euch jetzt geeinigt mit den Inniers? Nein, Inniers. Keine Inniers. Dann hört das Publikum wieder. Ja? Ich finde das ganz cool. Ich glaube, ich werde heute den Gegenwart legen. Also was ich halt mache, wenn Sie hier gehen, will ich sehen, dann gar nichts mit mir kommt. Das ist ja noch so. Das ist nicht so interessant eigentlich. Viel Equipment. So, wir gehen jetzt gerade um die Böde rauf. So, meine Gitarren. Meine Erstweite. Meine Böde. Meine Böde. Oh, das ist gut noch. Zoom und Zoom. So, jetzt geht es da los. Ohne irgendwas. Das war ein bisschen chaotisch, aber schauen wir mal. Stop dir? Das war ein bisschen ja. guides über die Kororal gemacht. Telefon Autologia. Du bist so erfolgreich? Also geht es rein. Du bist so erfolgreich. Zum 10. Segal, da. Ich weiß nicht mich schon. Die Krä Gurmann ist's. ане Hcase. Ja, ich weiß nicht D诶. Das war sehr sicher. Untertitelung. BR 2018 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 Wir würden uns gerne wieder über eine Einladung freuen mit Trader und wenn euch mein Vlog gefallen hat, dann wie gehabt, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und die Glocke anklicken, dass ihr über kommende Videos informiert werdet. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.